Keiner. Auf dem Boden. Ah! Ein totes Chantyrio! Ja! Richtig gut, ne? Meinst du nicht? Was hast du gesagt? Wow! Awesome! Jetzt habe ich ein ganzes Drehbuch für mich alleine! Jeden Abend im Fernsehen! Nick! Sag es mir! Was ist das? Es ist meine Show! Und wenn ich ein Star bin, dann werde ich dich nicht vergessen, mein Freund. Nein! Nein, nein, nein! Ich werde meine Freunde nicht vergessen. Aber manchmal will ich dann auch alleine sein und dann gehen meine Dienstboten ans Telefon. Hallöchen! Hier ist Charlotte. Sehen Sie um 17.30 Uhr zu. Ich zeige Ihnen, wie man eine köstliche Schoko-Eisbombe macht. Sie brauchen nur Eier, Schokolade und Butter. Und vergessen Sie nicht, Liebe geht durch den Magen. Liebe geht durch den Magen? Was bedeutet das? Das heißt, wenn du das Mädchen liebst, dann koch für sie. Ich will kochen, dann... Du und kochen. Anna liebt Schoko-Eisbombe. Ach ja? Was meinst du überhaupt? Ich sehe zu viel Werbung. Na, weißt du noch? Mit dem neuen Waschmittel, hä? Oh je! Hallo! Als Mutter kämpfe ich täglich gegen schwierige Flecken. Tomatenketchup. Schokolade. Ja, sogar Ei. Aber es gibt Hilfe. Ich werde ein Hand mit normalem Waschmittel waschen. Und das andere mit dem neuen Power-Pap. Sehen wir einmal, welches sauberer wird. Sehen wir einmal, was passiert ist. Das Hemd mit dem normalen Waschmittel ist noch schmutzig. Aber das mit dem Power-Pap gewaschen Hemd ist... Anna, hast du irgendwo mein neues rotes Designer-T-Shirt gesehen? Hoppla! Hallo, Sascha. Hallo, Sam. Oh, hi, Anna. Hallo, Sam. Wo ist Nick? Weiß nicht, wir waren nicht hier. Ich glaube, ich weiß, wo er ist. Aber wie viele Filme kann ich in einem Jahr machen? Natürlich alles Kino-Hits. Nein, nein, es ist nicht das Geld. Ich brauche die Hundertmillionen Euro nicht. Sprechen Sie doch mit meiner Agentin, Sascha. Vielleicht können Sie das beide regeln. Ciao. Ich habe eine Idee. Hallo? Hallo? Nick Müller? Ja? Mr. Spielberg ist am Apparat. Echt? Hi, Nick. Es ist Steven hier. I hear you're very big in Germany. So, what are you working on right now? Well, Steven. It's something that the whole of Germany watches. It's... It's... ... Lacht ihr nur. Aber... ... heute Abend um 6 Uhr, da werdet ihr sehen, dass... ... dass Nick von nebenan Stahlqualität hat. Und dann wird Spielberg anrufen. So, und jetzt... ... jetzt geh ich. Ich muss meinen Text lernen. Anna? Du magst doch Schoko-Eisbombe, oder? Oh, Schoko-Eisbombe. Nun... ... willst du ein Stück vom Paradies probieren? War es schon so spät? Ich muss mit Louis spazieren gehen. Louis! Louis! Tschüss! Bis später, Sam! Schoko-Eisbombe. Schokolade. Eier. Und... Butter. Mom, I'm going to learn to cook. It ain't that funny, Mom. Nadja, ist die Fernsehwerbung nicht toll? Am liebsten mag ich saftige Happen. Hallo! Willkommen in meinem Test für saftige Happen. Powerpep. Und Schoko-Eisbombe. Die Schokolade für Liebende. Ich liebe Schoko-Eisbombe. Ich liebe Schoko-Eisbombe. Warum will ich lernen zu cook? No reason. Lieber geh durch den Magen. Was ist das? Um... Just a German saying. Das ist alles. Ich liebe Schoko-Eisbombe. 5- Ouch.- Ich liebe Schoko-Eisbombe. Als wäre zu berüh Titanic. Vielen Dank.